Hallo Leute, hier ist der Dose Gamer, heute mit einem Infovideo zu meinem Kanal. Was ihr auf meinem Kanal finden werdet, werden Let's Plays, also nicht so oft, aber eher mehr Tipps und Tricks sowie kleine Gidgets zu GTA 5 und GTA 5 Online fahren. Wenn ihr Videos zu Battlefield 3 und Battlefield 4 wollt, schreibt es in die Kommentare, da lässt sich auf jeden Fall was machen. Weiterhin möchte ich euch noch sagen, dass jeden Tag ein Video zwischen ungefähr 16 und 17 Uhr erscheinen wird. Wenn es sich mit der Zeit nicht ausfieht, kann es auch mal sein, dass ein Video erst um 18 Uhr oder schon um 14 Uhr veröffentlicht wird. Dennoch versuche ich mich an die Zeitregelung zu halten. Wie ihr seht, befinde ich mich gerade im Offline-Modus von GTA 5. Das hat aber nichts zu bedeuten, denn ich mache hauptsächlich Videos von GTA 5 Online. Derzeit kann ich gerade nicht im Online-Modus aufnehmen, da ich gerade keine Internetverbindung habe. Ich möchte euch jetzt auch schon im Vorab sagen, dass ich schon etwas vorbereitet habe, nämlich eine E-Stack-Serie, die zwischen 7 und 8 Folgen hat. Und in dieser E-Stack-Serie stelle ich natürlich E-Stacks und Mythen über und zu GTA 5 und GTA 5 Online vor. Ihr könnt natürlich auch gerne abonnieren, um keines meiner Videos zu verpassen. Dann sehen wir uns morgen beim Video zu GTA 5 Online. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Ich glaube, dem Typ hat auch gerade gefallen, das Abschluss. Und ansonsten, bis morgen zum Video. Ciao! Ciao!